Ja, hallo und willkommen zurück zu Beides G3. Wir sind unter dem Haus der Trauer und wir werden jetzt zur Oberen gehen und damit Schattenherz-Quest beenden. Öffnen. Lauf. Halt. Lauf. 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 Krotisch. Schließen. Da müssen wir echt mal gucken. Ah, warte, genau. Ich glaube, wir sollten uns aber tatsächlich auf sie konzentrieren. Auf die oberen. Es kann nämlich sein, dass die anderen dann, wenn sie tot ist, sagen, ach nee, okay, alles gut. Und ich weiß noch, das letzte Mal, als ich gegen sie gekämpft hatte, gab es irgendeinen Glitch. Auf jeden Fall. Vielleicht wechsle ich das nämlich auch damit, auf jeden Fall. Da war nämlich irgendwie sowas passiert. Was ganz komisch ist auch. Trillings. Wir werden sehen, wie wir uns jetzt schlagen. War es nämlich echt viele auch. Und halt nicht irgendwelche Pille-Palle-Typen. Weil gut, ihr beiden habt nur 48. Ja, du hast 150. Okay. Ich konzentriere mich auf sie. Das ist leider kleisend. Ah, 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 ah. Shit. Inventar. Gucken wir doch gerade mal. Das nehme ich nicht, ne? Wobei, ich dürfte halt nur nicht die Sonderaktion benutzen, dann müsste es eigentlich gehen. Hoffe ich. Das werden wir gleich sehen. Wenn nicht, müssen wir Waffe wechseln. Schließen. Benutzen. Angriff. 50. Oh, nice. Benutzen. Geht hier nicht. Nee, nicht aufgewundert. Viel zu viele Augen. Benutzen. Benutzen. Okay. Zug beenden. Zug beenden. Okay. Angriff. 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 Zug beenden. Angriff. Angriff. Ja, easy peasy. Okay. Sie war jetzt schnell tot. Mal gucken, was die anderen dazu zu sagen haben. Ich glaube, sie sind nicht happy. Öffnen. Ich klau dir schon mal alles, was du hast. Das ist die Priesterinnenrobe. Streitkolben. Looten. Kämpft bei uns Schattenherzen mit Schill? Hm. Ich könnte dir denn ein Schill geben. Benutzen. Angriff. 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 Ich will nicht, dass sie alle so eng zusammenstehen, aber ich will auch nicht in die Mitte rennen. Okay. Das müsste gehen, ne? Zug beenden. Okay. Genau, ja, ja. Dann war das... Welcher Charakter... Ich weiß nicht mehr, welcher Charakter von meinen... Zwei, die schon so weit gekommen waren, ähm... Da war das irgendwie tatsächlich irgendwie verbuggt. Ich habe sie besiegt und die anderen standen dann einfach nur noch rum und haben nichts gemacht. Äh, mal gucken. Aber ich denke, dass sie weg ist, ist auf jeden Fall schon mal gut. Rechts weg. Okay. Mal gerade gucken, ob die anderen das... Okay. Okay. Ähm, die haben, glaube ich, dieses Gleisen-Zurückwerfen nicht. Schließen. Das heißt, es müsste eigentlich machbar sein. Ich glaube, es war irgendwie dann der Kampf nur bei meinem ersten Charakter so schwierig aus Gründen, weil man ja auch nicht so erfahren ist beim ersten Mal. Aber ich habe das Gefühl, ich meine, es sind wirklich viele, aber es könnte gehen, weil die haben nicht alle so viele Lebenspunkte tatsächlich. Was nicht alles, dass es nicht trotzdem sehr gefährlich werden kann. Ähm, benutzen. Okay. Okay. Benutzen. Okay. So beenden. Oh, nicht schön. Richtig. Dunkelheit war so ein Ding hier. Oh. Wir müssen uns erst mal auf die Großen konzentrieren. Auf die, ähm, wo sind sie denn? Nicht auf die Novizen, sondern auf diese Justiziare. Oh je. Ja, doch. Ist immer noch ein bisschen schwierig, ne? Der Kampf. So viel Schaden, wie ich gerade einstecke. Verdammt. Gott. Es sind so viele. Und Knochenkälte auch noch. Das heißt, wir können nicht heilen. Das war das Problem hier. Mhm. Gut. Erinnerungen kommen zurück. Schande. Ach, verdammt. Danke, dass du mich eigentlich fast aus der Dunkelheit gekickt hast gerade. Das ist jetzt echt scheiße, ja. Aber die beiden können sich nicht heilen. Benutzen. Du kannst dich nicht rauszulabitieren, ohne dich zu bewegen. Oh, shit. Bringt mir das natürlich nichts. Okay. Wer macht denn die Dunkelheit? Kann ich das irgendwo sehen? Du bist bezaubert. Konzentration Dunkelheit. Müsse ich mich aber auch bewegen. Benutzen. Okay. Fickt Humanoid und doppelt den Schaden zu. Das ist doch ein Humanoid. Benutzen. Okay. Wegen diese zwei Millimeter, die er sich jetzt bewegen musste, ne. Zurück. Hast du sowas. Benutzen? Okay. Angriff. Ja, wegen dieser Dunkelheit. Für mich war der im Prinzip schon fast draußen aus der Dunkelheit. Zurück. Aber offensichtlich nicht. Dritter Versuch. Benutzen. Okay. Angriff. Ach gut. Benutzen. Angriff. Zug beenden. Karla findet's noch witzig. Übersicht. Trinken, ja. Verwenden. Okay, ach so, ah ja. Ich weiß, ihr könnt's später schon wieder vergessen. Ich hab ja diese scheiß nekrotische Kälte. Schließen. Äh, Knochen. Benutzen. Angriff. Benutzen. Angriff. Angriff. Zug beenden. Selber Problem mit ihr. Zurück. Soll ich den Mieter lieber machen? Benutzen. Okay. Okay. Ist die jetzt die Zaren drin? Ja. Benutzen. Okay. Zug beenden. Uh, das war die Lyra gerade. Zug beenden. Zug beenden. So, ja. Kralach und Saga sind wahrscheinlich gleich beide tot. Okay. Er greift ihn immer an und wird immer gezaubert. Das scheint für ihn nicht so gut zu laufen. Okay. Marsch. Fucking Dunkelheit, ne. Gott sei Dank. Benutzen. Wäre ich das wirklich? Das ist noch 101, du hast da noch 36. Was macht denn Mond in Dunkelheit? Oh, der unterbrecht Konzentration. Naja. Ähm. Vielleicht irgendwas, was nicht die Konzentration am Tisch... Dingens... Ähm. Das Feuer vielleicht. Ich versuche halt möglichst viele Leute zu treffen, am besten. Das wäre eventuell eine Glyphe oder das Feuer. Ja. Klingenbarriere geht leider nicht mehr. Oder ich gebe Salome oder Karl nach Heiligtum, damit sie wenigstens nicht angegriffen wird. Damit ich vielleicht einen vom Tod bewahren kann. Oh man. Ich hätte bitte gerne zwei Züge. Ich habe halt null Tränke dafür. Okay. Okay. Benutzen. Ah, ich darf noch mal. Yay. Benutzen. Da steht halt Kalach drin, leider. Da steht Astarion drin. Dreh rechts. Angriff. Ah. Nein. Shit. Okay. Ich habe es in der letzten Sekunde verzogen. Zug beenden. Also meine Maus. Schade. Immer wieder die Dunkelheit. Immer wieder die Dunkelheit. Nein. Ich habe schon wieder kalte Knochen. Ich hasse es. Gibt es irgendwas, was mich für kalte Knochen bewahrt? Zauberresistenz oder so, aber... Oh. Jetzt kann auch Astarion nicht mehr heilen. Mit dieser Runde. Da ist Gansarome wieder. Äh, jetzt. Also die haben nicht viel Lebenspunkte, aber die teilen übelst Schaden aus. Plus diese scheiß Knochenkelte. Okay. Sechs bis elf. 90 Prozent. Okay. Benutzen. Wieso das ist gegen Gelegenheitsangriff? Wieso ist das Gelegenheitsangriff und das eben nicht? Ich dann noch näher ran muss oder was? Oder sollte ich ihn erstmal raus teleportieren? Aber im Dunkeln kann er wieder nicht teleportieren, ohne sich zu bewegen. Das würde Gelegenheitsangriff vorrufen. Spiegelbilder oder sowas vielleicht. Stattdessen erstmal... Benutzen. Okay. Zug beenden. Okay. Benutzen. Okay. 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 Kann ich irgendwen noch mitnehmen außer mir? Hä? Müsste ich nicht Kala übrigens jetzt? Ging das auf Kala? Zu weit entfernt. Echt? Ich stehe fast nebendran. Ja sowas, ne? Ich stehe fast nebendran. Verwenden. Benutzen. Okay. Okay. Dann heil ich mich erstmal hoch. Rechts. Das ist eigentlich, wenn man Feenfeuer in Dunkelheit macht. Alle Ziele möchte ich denn unsichtbar... äh, sichtbar. Kann das das eigentlich aufheben? Ich weiß gar nicht. Benutzen. Das ist so weit entfernt. Das ist so weit entfernt. Stopp-Aktion. Stopp-Aktion. Ich muss echt sehr genau überlegen, was ich jetzt mit ihr mache. Ich kann, glaube ich, niemanden hier drinnen anvisieren. Aber sie... die... die Ollenklaue vielleicht... Benutzen. Ach, zu weit weg. Weg ist unterbrochen. Von was ist das denn unterbrochen, bitte? Kerzenleuchter oder was? Okay. Achso, ich geh auch noch als blind. Pff. Jetzt müsste es gehen. Benutzen. Angriff. Angriff. Benutzen. Rechts. Angriff. Angriff. Okay. Zug beenden. Okay. 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 Oh, Gott sei Dank. Schattengestalt. Das andere. Okay. Okay. Benutzen. Okay. Ah, Kälte Knochen. Ja, ja, ja. Ist aber ordentlich egal. Hauptsache irgendwie Karlach. Okay. Bitte sagen wir, dass du da dran kommst. Kein Ziel. Inventar. Warte mal, das spür mich echt fertig. Übersicht. Oh, sie hat noch viel Geschwindigkeitstränke. Good to know. Verschieben. Okay. Übersicht. Rechtskrieg. Achso. Okay. Okay. Es funktioniert auch gar nichts, ey. Okay. Benutzen. Angriff. Okay. Cool. Schließen. Hätte ich das vorher auswählen müssen. Zug beenden. Irgendwie eine Scheiße gerade. Okay. I offer your death to the night singer. Okay. Übersicht. Du müsstest wieder heilen können. Verwenden. Schließen. Sonst eigentlich bräuchten wir das auch für das Haus der Hoffnung, diese Tränke. Die Heiltränke, die Großen. Ähm. Komplett umzingelt hier. Angriff. Zug beenden. Ja, ich muss einen Angriff einstecken, weil ich muss raus, ja. Okay. Okay. Darf ich jetzt benutzen? Okay. Immer noch kein Ziel. Hä? Oder? Ich bin nicht sicher, weil es steht immer noch kein Ziel da bei Carla. Aber sie hat auch nicht mehr kalte Knochen. Ich bin jetzt unsicher, weil ich will diese große Heilung auch jetzt nicht verschwenden, wenn es nicht funktioniert. Dann helfe ich die lieber so auf. Okay. Okay. Das ist ätzend. Benutzen. Okay. Okay. Zumindest ist die Lyra sehr hübsch. Benutzen. Okay. Okay. Benutzen. Zug beenden. Ich würde halt auch mal gerne gescheit angreifen, aber ich muss mich ja dauernd hochheilen. Ähm. Ähm. Was muss ich denn? Übersicht. Hochheilen. Was sonst, ne? Verwenden. Verschließen. Zug beenden. Zug beenden. Okay. Ich meine, noch konnten sie keinen von uns umbringen, aber ich sollte das vielleicht nicht sagen. Hm. Okay. Carla hätte es ja beinahe erwischt. Oh, das war nice. Sehr guter Rückschlag. Hey, Dunkelheit. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das sind so viele Ziele. Ob ich jetzt eins verbanne? Weiß nicht, ob es das bringt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. Okay. Okay. Benzen. Oh, Gott sei Dank. Zwei erwischt. Zurück. Okay. Ähm. Benutzen. Okay. Benutzen. Zug beenden. Sehr gut. Auch gut. Jetzt geht's nicht immer so wie mir immer, aber es funktioniert nicht, was man machen will. Wir müssen mal wieder jemand hochheilen. Ich erkenne ein Muster. Was? Ah, nein. Apropos heilen. Ein kalter Knochen hat mich jetzt doch wieder erwischt. Und wieder heilen. Übersicht. Verwenden. Schließen. Angriff. Angriff. Gut, dass Kralach auch im Dunkeln einfach gut zuhauen kann. Zug beenden. Kann ich welchen Trank werfen. Ja, aber die sind alle nochmal dran, bevor es Tyron dran ist. Aber ich muss probieren. Steht ein Schattenherz. Schattenherz steht wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit weg für normale Heilung. Zurück. Rechts. Übersicht. Verschieben. Okay. Meine Augen. Rot vor Wut. Rechts weg. Okay. Neun Prozent. Nun. Ich habe das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Okay. Okay. Gucken, ob das ein bisschen besser ist. Wahrscheinlich nicht. Inventar. Rechtsklick. Okay. Mehr ist genauso scheiße. Okay. Okay. Benutzen. Hallo. Oder es geht's generell einfach nicht, weil Weg unterbrochen wird's jetzt komplett nicht machen. Naja. Na toll. Benutzen. Okay. Heilen so vielleicht. Nö. Bewegungsrate. Benutzen. Benutzen. Hasse alles. Zu beenden. Wenn ich selbst heilen können. Nö. Ne. Kann ich nicht. Ich habe ja noch ein Kälter. Okay. Okay. Zurück. Okay. Nice. Wieder allein durch die Schutzaura hier zwei gekillt. Benutzen. Okay. Okay. Ja, sorry. Zu beenden. Es ist ein echter Kampf. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ich glaube irgendeinen Schutzgeister nicht. Schubs sind die die immer, ne? Kann das sein. Ähm. So. Ich sehe nichts. Äh. So. Ich sehe nichts. Äh. Mist. Schließen. Benutzen. Weil auch damit muss er sich erstmal bewegen. Das heißt, ich werde gleich wieder sterben. Benutzen. Angriff. Zuck beenden. Zuck beenden. God, it's hot in here. Ja. Übersicht. Hast du Knochenkälte? Äh. Scheiße. Schließen. Schließen. Benutzen. Okay. Angriff. Angriff. Okay. Zuck beenden. Benutzen. Okay. Aus der Sichtweite. Ja, ich bin halt blind, ne? Benutzen. Okay. Ja, ich stehe davor, aber das geht halt nicht, ne? Angriff. Benutzen. Okay. Angriff. Benutzen. Okay. 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 Zuck beenden. Okay. Okay. Wunderschön. Du stehst doch direkt nebendran. Okay. Benutzen. Ach so, er hat immer noch Knochenkälte. Ich aber nicht. Okay. Benutzen. Okay. Benutzen. Benutzen. Okay. Okay. Zuck beenden. Ey. Diese Schubser. Du kommst doch noch einen Schritt näher. Und jetzt? Ah, sie ist wieder aufgestanden. Schade. So. Gut, er ist verängstigt. Angriff. Okay. Ah. So. Immer wieder so ein bisschen rausgezogen. Endlich. Okay. Ich steck dich mal hier in die Ecke. Übersicht. Das ist keine Aktion mehr frei, ne? Verwenden. Schließen. Zug beenden. Angriff. Okay. Angriff. Karlo räumt auch noch mit sechs Lebenspunkten auf. Kein Problem. Benutzen. Okay. Zug beenden. Well, so much for peace. Okay. Okay. Benutzen. Warte. Stopp Aktion. Stopp Aktion. Benutzen. Okay. Okay. Ähm, wer hat keine Knochenkeit? Ich hab Karlo hat mich. Asano ist zu weit weg. Schattenherz hat. Benutzen. Okay. Benutzen. Sub beenden. Ja, hoffentlich, ne? Benutzen. Okay. Angriff. Sub beenden. Es sind nur noch drei. Wir können's schaffen. Jetzt trau ich mich, das zu sagen. Wir können's schaffen. Ah. Ah, Magiertöter. Schön. Okay. Bye, bye. Was ist eigentlich mit dir? Ach so, du bist tot. Du bist zu weit weg. Okay. Sub beenden. Ja, komm zu mir. Okay. Angriff. Angriff. Okay. Danke dir. Sub beenden. Ich wage es jetzt gerade mal nicht mehr zu heilen, einfach um auch meine Heiltränke zu schonen. Weil ich glaub, eine Person kriegen wir vielleicht zu viert noch hin. Dreh links. Dreh links. Angriff. Es tut gut. Ah, der letzte. Speichern. Jetzt erstmal ein Liedchen spielen. Zur Heilung. Benutzen. Okay. Ich muss sogar zweimal kurze Rast machen. Benutzen. So angeschlagen, wie wir sind. Okay. Off we go, Ben. Aber wir haben's geschafft. Und beim nächsten Mal werden wir etwas über Schattenherz Eltern rausfinden. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wir dehydchen. Okay. Erin. Ber dichlied. Untertitelung des ZDF, 2020